servus leute und herzlich willkommen zurück zu let's play dem spiel mit der niedrigsten frame rate und let's play dem spiel was wir schnell durch waschen und was weiß ich noch letzte auf jeden fall war das vorher noch nicht ganz oben gut okay was wir müssen anscheinend ein bisschen beschleunigungsgel hier drauf tun dass wir schön darüber jumpen können irgendwo hin wo auch immer und dann später zu diesem ausgang wo auch wahrscheinlich der roboter auf uns wartet und ich stelle mal eben die uhr so dann würde ich sagen legen wir auch gleich mal los erst mal gehen wir da rein und gucken was passiert wenn wir das da machen okay hier kommt schon ein beschleunigungsgel raus ist jetzt nicht unbedingt so schlecht aber wir können das beschleunigungsgel nirgendwo hin umgleiten das wiederum ist schlecht das bringt uns jetzt nichts mehr massig beschleunigungsgel hin tun das wie können wir denn hier erst mal die dinge an machen aber das bringt uns ja im prinzip auch nicht so arg viel also wir können natürlich dieses ding ins hier aktivieren wollte man hat drauf ist dann können das beschleunigungsgel hier durch und irgendwie da wieder runter fallen das geht dazu brauchen wir aber erst mal ein würfel der dauerhaft das hier aktiviert also die druckplatte und wie wir an den würfel kommen beim besten willen aber das weiß ich nicht irgendwie kommen wir da gar nicht hin weil wir müssen ja erst mal da hoch tschuldigung ich bin gerade etwas ruhig weil ich verwirrt bin wir müssen doch irgendwie da hochkommen verdammte scheiße können wir da irgendwo ein portal hin tun nee das geht auch nicht ich habe jetzt gedacht dass wir hier oben wo man hat jetzt ist irgendwie portal hin tun oder da von da aus und alles hier runter fallen lassen aber ja das geht zumindest so ansatzweise schon mal jetzt sollten wir das portal nur in die richtige richtung tun das scheint dann doch noch mal das größere problem zu werden weil wir können ja das habe ich mir schon fast gedacht wir können also nicht das portal sondern das ding nur in diese richtung leiten ja das wäre so eine möglichkeit war nein das ist scheiße schwer ich sag's euch so jetzt tun wir da das blaue portal hin nein jetzt habe ich da hätte das falsch portal eingetragen nein verdammt jetzt würde ich den würfel noch mal runter fallen lassen so jetzt aber also da drauf dachten und dann wieder den würfel mitnehmen so das blaue portal dahin jawoll das geht perfekt so welche druckplatte müssen wir jetzt dauerhaft aktivieren dass da okay da schließe ich jemanden total durch ja scheiß egal welches dann rein mit dir und du bleibst bitte auch darauf und läuft nicht weg das wäre echt cool danke du bleibst da ja du bist ein doofer roboter du musst da bleiben so dann portal hin und zahlen und gel da rein oh jawoll das geht wie ich es liebe so wir warten bis hier alles schön voll ist bis da drüben und kaputt und noch mal klatsch ja das platz war jetzt nicht unbedingt so toll so perfekt besser geht es doch gar nicht oder und jetzt tun wir da das portal hin und da gucke ich einfach mal was passiert ich verspreche ich verspreche doch jetzt hier nicht zu viel ich speichere mal das spiel und dann würde ich mir sagen los geht's noch warum nicht okay wir brauchen definitiv da dieses wir müssen den würfel nämlich umstellen auf unser unser transportsystem so dann hier rein ist ja alles schön mit gel abgedeckt da braucht man keinen würfel mehr auf dem gel drauf so hier schön das portal hin und da schön das portal hin und dann würde ich mal sagen legen wir los oder haben wir das nee das haben wir dann noch nicht geschafft das wäre dann auch viel zu einfach gewesen hätten wir das schon geschafft so und dann hier runter das sollte ja das kleines problem werden ja habe ich es doch gewusst so hier geht es lang und dann was können wir hier denn schönes machen wo müssen wir noch mal hin wo ist denn jetzt hier genau der ausgang ich weiß es nicht mehr so genau erst mal gehen wir da hin und tun beschleunigungsskill wird hier uns nicht so arg viel bringen eigentlich weiß ich überhaupt nicht was dieser raum hier bringen soll weil wir können das einzige was wir machen können ist hierhin beschleunigungsskill aber da würden wir doch niemals darüber fliegen oder und wenn wir hier so ein so ein so ein ding ins hier na weißt du bescheid so so ein ding hin machen wir können es ja jetzt gerne mal probieren verdammt so wir können es ja jetzt gerne mal probieren ob das ob das geht aber ich bin mir da so im zweifel so da geht da das ding hin okay ja doch es geht perfekt habe ich gar nicht gedacht so quick save errungenschaft freigeschaltet und weiß ich und so sind irgendwie ganz ruhig ganz ungewöhnt keine lade kein ladebildschirm mysteriös kein ladebildschirm hallo was war jetzt los irgendwie wealthy hat nichts gesagt klar das hat nichts gesagt es kam ewig kein ladebildschirm was eigentlich darauf hinweist dass die was sagen das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch egal er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein oder er versucht es was irgendwie traurig wäre ja das glaube ich auch nur noch drei kammern bis zur riesen überraschung das ist anstrengend so das ding kehrt unser ding jetzt wieder um das ist schlecht ja das ist wirklich schlecht weil dann ist das rätsel wieder etwas komplexer so ich würde sagen wir schmeißen erstmal die dinge um falls wir das irgendwie schaffen sollten ja da sterben wir ist geil also tot ist immer gut ne besonders in porto 2 haben wir auch gar nicht irgendwie nochmal alles von den typen anhören muss oder so mit diesem durchgeknallten wealthy meine fresse leck mich am anus klar du machst immer schon noch staub so dann hier lang was passiert wenn ich da drauf drücken cool sprung gehe geht ins leere so da tue ich einfach mal das sprung gehe so das sollte ja reichen und dann irgendwo anders das portal dann hin ich tue einmal darüber sprung geht könnte ja sein dass es hilft das hat auf jeden fall äußerst geholfen muss man jetzt einfach mal so erwähnen dann tue ich mal hier das da das portal und dann sprung geht durch geil komisch ich lasse es ist einmal bis zum ende laufen und dann gucke ich mal was da passiert so also es ist nicht unbedingt sehr viel passiert aber müssen jetzt irgendwie wieder darüber kommt verdammt ich komme denn jetzt wieder darüber auch nie wir sind hier voll gefangen wie kommen denn wieder darüber also mit portalen können wir vergessen mit dem dicken ist auch sehr schlecht weil hier ist nirgendwo im prinzip eine portal wand da unten ist auch keine möglichkeit ah nee doch nicht meine güte da kommen wir nicht da kommen wir nicht hoch das kann ich gleich wieder vergessen wir kommen hier definitiv nicht weg deswegen sorry ich muss mich in den abgrund stürzen tut mir sehr leid ich hoffe wir haben da kein quicksafe gemacht wenn ja dann haben wir eben verschüssen aber was soll es das ist anstrengend so der drücker öffnet uns dahin eine portal wand mit der können wir dann wahrscheinlich hier eine lichtbrücke rüber leiten und dann zum ausgang kommen okay unser erstes ach du scheiße was da oben los brennt ja ganz schön unser erstes ziel ist aber erst mal das hier nein das ist nicht unser erstes ziel wer auch immer ich darauf gekommen bin wir müssen wir müssen irgendwie darüber ich habe ich habe jetzt nicht meinen ansatz das ist ja gerade das schlimme na ihr wollt mich wahrscheinlich umbringen so wie es aussieht oder ja das sieht sehr so aus ach du scheiße ich führe mich beobachtet ach du scheiße das ist definitiv nicht gut ich könnte die da durchschießen ja da können die durchschießen okay das ist auch nicht gut nein das war jetzt nicht unbedingt klug was ich da gemacht habe denn wir werden sterben geil 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 moment lasst mich mal kurz überlegen also ihr wisst ja durch überlegen komme ich nie so wirklich an meine ziele aber es könnte ja sein dass ich diesmal erfolg habe das problem ist ich habe ja nicht meinen ansatz darüber können wir nicht weil da kommen wir nicht wieder zurück da oben das bringt uns ja nicht viel ich probiere mal eben kurz was ne da sterben wir nämlich auch das ist ja gerade das problem deswegen habe ich auch gesagt das bringt uns nicht viel alter ich habe glaube ich schon erwähnt dass ich ziemlich ratlos bin ne das ist anstrengend so hier mein klick selbst dass er sich dauernd anlacht hier das kommt nicht ein bisschen scheiße so ich habe nämlich gerade überlegt irgendwie da hoch zu kommen weiß ich hier hoch und dann darunter fallen und dann naja das geht nicht das geht definitiv nicht wir können unter beschuss auch kein portal schießen wir können unter beschuss auch kein portal schießen was soll der mist alter weißt du die singer die können wir auch nicht wegfahren dass wir hier vielleicht irgendwie eine portalwand hätten und die dann so weißt du wegschieben könnten das geht ja auch nicht wir können es ja auch nicht großartig umsehen weil wir ja immer gleich dann sterben so wenn wir hier im portal rüberschieben das bringt uns nicht viel klar wir können hier beschleunigungsgebiet machen also hier können wir sowieso nicht machen aber auf die portalflächen können wir durchaus beschleunigungsgebiet machen und auch hier und an die decke aber was würde uns das bringen ich bin total ratlos grad ich bin nicht irgendwie mehr oder weniger ratlos wie ich sonst immer sage ich bin einfach völlig ratlos ich gehe jetzt einfach mal auf volles risiko ne das wird definitiv nichts da bin ich ja noch nicht mehr ansatzweise beim schalter und bin schon tot wie soll ich dann wieder zurückkommen oh ich gehe jetzt doch nochmal hier rüber so Sprunggel bringt uns nicht wirklich viel hier vielleicht können wir irgendwie ne das geht auch nicht hab ich hab ich ja hab ich ich wollte gerade schon wieder das gleiche sagen wie vor drei minuten äh tschuldigung ich bin hier grad vollends ruhig aber es hat seine gründe so erstmal kommen wir hier nicht wieder hoch das ist klar wir kommen da nicht wieder rüber da brauchen wir auch gar nicht lang rumprobieren wir kommen hier definitiv nicht rüber aber diesmal ist es glaub auch nichts was ich so was so ganz offensichtlich ist und ich übersehe es das ist diesmal glaube ich nicht der fall da hoch kommen wir auch nicht alter schwede du willst mich doch voll ins verarschen ich mache nochmal ein quick load dass ich nochmal ab da drüben starten kann boah was hatten wir uns da für einen scheiß aufgedrängelt ey meine fresse da können wir definitiv nicht hoch ne das das geht nicht das ändert nicht viel an unserer situation dass da oben irgendwas ist da das sieht mir sehr nach einer portal wand aus aber da können wir auch kein portal nicht schießen oh nee komm schon warte mal ich gucke jetzt mal die instructions davon an die sind natürlich nicht da ist geil ähm hier war doch irgendwas mit durch portal durchfallen und so hier weiße beschleunigung mit portal aber das bringt uns auch nicht viel weil ich erstens schon weißt du was wir die beschleunigung brauchen und zwar um darüber zu kommen und zweitens haben wir hier keine portal waren eine decke irgendwie dass wir uns nur schleunen könnten oder so durch die scheibe geht nichts durch was elektrisches dinges angeht mensch bin ich bin ich habe überhaupt keine ahnung da hinten ist eine portal wand aber falls wir da was hinschießen sterben wir ja gleich ist das eine portal wand nein da ist auch noch ein grill davor ja ist ja geil den sieht man hier gar nicht so aber gerade wo man es portal hinschießen wollte hat man den grill gesehen also da ist auch nichts schönes ach so was da können wir hier rüber wow das bringt uns wirklich nicht sehr viel möchte ich jetzt einmal so behaupten sobald wir da weiter rechts gehen da sind wir ja sowieso tot ne das bringt uns das ist ja nichts meine güte das ist doch das geht nicht hier dass das gut in andere darin an bedacht dessen dass ich potenzial sowieso etwas schneller durchkriegen will weil ich ja gerne jetzt gerne anfangen will ist jetzt nicht so dass ich überhaupt keinen bock mal auf portal h hätte aber ein bisschen schon werde ich mir jetzt ein walkthrough reinziehen ich habe echt keine ahnung wir sind hier in raum 17 glaube ich so wir sehen uns dann wieder wenn ich fertig bin mit meinen walkthrough anschauen bis denn im moment noch hier schon den quicksafe reinhauen wo ging denn das f6 so bis ...